Platz 10 für Live Aid beweist mal wieder, was Menschen jenseits der 30 am liebsten tun und zwar sich an ihre Jugend erinnern. Und wenn es in Form einer 16-stündigen Doku im 4er-DVD-Paket für schlappe 40 Euro ist. Ja, ich arbeite übrigens für das Jahr 2023 auch schon mal an einer Viva-Dokumentation mit den schönsten Chart-Moderationen inklusive Bonus-Material aus Regie, Maske und Styling. Die bringt dann bestimmt unser neuer Freundschaftssender MTV raus. Unser nächster Künstler ist auf jeden Fall nicht 19 Jahre zurückgegangen, sondern einfach nur 13. Hier gibt es jetzt nämlich den Ziel. Best 1991 bis 2004 auf der 7. Und nochmal Greatest Hits, diesmal von Frau Twain und auf Platz 3, da lobe ich mir doch den Eminem. Als einziges Top-5-Mitglied hat er sich nämlich für sein aktuelles Album ins Studio bemüht und ein paar sehr, sehr hübsche Lieder hat er da drauf gepresst. Ein bisschen vorweihnachtlicher Pazifismus steht auch auf der Speisekarte und da hören wir doch gleich mal rein, was wir jetzt aus seinem aktuellen Album zu hören kriegen. Hier ist für euch der Eminem von der Null auf die Zwei. Tina Turner steht immer noch ganz hoch im Kurs. Der Weihnachtsgeschenke-Käufer, auch wenn All the Best von der 5 auf die 9 geht. Silbermond fallen in der 18. Woche mit Verschwende Deine Zeit von der 4 auf die 8. Das neue Album von Ziel gibt's im Sommer im Surround-Sound. Das Best-of-Album von Ziel entert im Weihnachtsgeschäft Platz Nr. 7. Bis zum nächsten Mal.